Heute haben wir ein Thema, das etwas in die Materialkunde geht. Es gibt viele Leinen an einem Gleitschirm. Diese Leinen sollten immer intakt sein. Es kann aber sein, dass die eine oder andere am Startplatz um einen Stein hängen bleibt oder vielleicht sogar beschädigt wird, weil ein Skifahrer darüber fährt. Die Leinen muss man ersetzen. Es ist natürlich klar, dass die Leine im Regelfall vom Fachbetrieb, vom Fachmann ersetzt wird. Eventuell bestellt man sie sogar beim Importeur oder Hersteller. Aber sehr oft kann man sie in-house, also bei der Flugschule, selber herstellen und dann ersetzen. Es ist aber so, du bist auf dem Berg oben und willst verdammt gerne fliegen. Oder du bist am Kiten und willst die Kite-Leine ersetzt haben. Und zwar jetzt, weil du aufs Wasser willst. Und genau um das geht es eine Notreparatur zu zeigen, wie man ein sogenanntes Auge an das Ende einer Gleitschirmleine herrspleissen. Oder man sagt eben auch Fingertreppen. Für das brauche ich einiges an Material, um das überhaupt zu machen. Wenn wir die Leinen anschauen gehen. Es gibt Leinen, welche Änder gemacht sind für die Kite. Das sind diese drei hier. Es gibt andere Leinen, welche Änder gemacht sind für den Gleitschirm. Aber grundsätzlich sind beide zusammen gleich aufgebaut. Sie haben nämlich keinen Mantel aussen, sie haben keinen Schutzmantel. Also wenn die Leine beschädigt wird, dann ist es gerade die Leine selber. Und bei der anderen, mit einem Mantel, ist es so, dass wenn eine Beschädigung am Mantel ist, die tragende Seele immer noch genügend Festigkeit hat, dass man sie eben nicht ersetzen muss. Aber im modernen Gleitschirm ist eben so, dass man die Restwiderstände, und da gehören halt die Leinen dazu, will möglichst minimieren. Das heisst, eine dünne Leine verwenden will. Und dementsprechend lässt man den Mantel auch weg. Also haben wir eine Leine, wie es zum Beispiel so eine ist. Und die, wenn wir jetzt auf der einen Seite schauen gehen, haben wir schon so ein Auge dran. Und auf der anderen Seite hat es eben kein Auge dran. Das sind Leinen, die von einem Schirm kommen, von einem alten, wo man vielleicht fortgekommen hat, wo man sie ersetzen musste. Aber die Leine selber ist eigentlich noch gut. Und für eine Notreparatur reicht es noch ewig. Bei mir im Gleitschirmsack, vielleicht im Bauchtestchen oder irgendwo im Gleitschirmsack, hat es einen Plastiksäckchen mit ein paar Leinen drin. Und zwar sind das von den dünnen Bremsleinen über so kleine Stammleinen. Bis nachher, um wirklich zu der Stammleine, hat es sogar eine Bremsleine dabei, so dass ich sie einfach ersetzen kann. By the way, bei den Gleitschirmen, gerade bei den Hochleistern, da werden zum Teil sogar Leinen mitgeliefert, weil man weiss, die kann es einfach wirklich mal putzen an einem Startplatz. Das ist nicht ein Ruch, der Gleitschirmpilot. Es muss einfach an einem Stein hängen bleiben und er will starten und die Leine fitzt. Und darum kommt die Leine mit und bereit das Werkzeug dazu, um sie eben Fingertrappen. Was brauche ich für Material? Es ist nicht wahnsinnig viel. Was man etwa dabei hat, ist ein Messer. Hier in meinem Fall ein Ledermann. Was man muss haben, ist ein Stückchen Draht. Das ist einfach ein Silberdraht aus dem Bastellecken raus. Vom Laden im Dorf. Und da brauche ich natürlich nicht eine ganze Rolle. Das kann ich weglassen. Ich brauche einzig nur ein Stückchen. Das kann ich gerollt mitnehmen. Das braucht nicht viel Platz. Das kann ich brauchen für eine dickere oder dünnere Leine. Das ist einfach zusammengelegt. Und wenn das noch nicht zusammengelegt ist, kann ich das machen. Mit dem Zängchen ganz wenig zusammendrücken. Und dann habe ich mein Werkzeug. Es gibt noch andere Sachen, wie man hier sieht. Das sind sogenannte Hohlnadeln. Die hat man natürlich auf dem Berg oben nicht dabei. Wenn man sie dabei hätte. Nachher ist es vielleicht gäbe, dass man diese auch noch braucht. Aber das lassen wir mal auf der Seite. Jetzt geht es darum. Die Leine hier ist ja irgendeine Länge. Und das ist jetzt lange Leine. Ich denke mir jetzt, wir brauchen, weil wir wissen, die Nachbarleine. Das heisst, diese Leine auf der anderen Seite des Gleitschirms. Da kann ich nämlich schauen, wie lang sie ist. Man macht also einen Parallelabgleich. Man schaut auf der einen Seite die Kaputte an. An der Kaputte kann ich nicht mehr feststellen, wie lang sie hat. Also gehe ich auf die andere Seite. Und ich stelle fest, diese Leine muss 50 cm sein. Weil diese Leine auch 50 cm ist als Beispiel. Das ist natürlich auch 65 cm oder 1 m sein. Das spielt gar keine Rolle. Aber irgendwann finde ich heraus, voilà. Ich weiss, auf diese Länge muss der Loop sein. Das kann ich einmal einzeichnen. Also hier unten, die ich jetzt einzeichne habe. Da mache ich dann den Loop. Der Loop, den ich hier mache, hat eine gewisse Grösse. Der kann klein sein. Der kann z.B. 2 cm sein. Der kann aber auch 3 cm sein. Der Typ ist. Die machen einfach etwas grösser den Loop. Es geht dir viel länger. Also das Endprodukt, das wir dann haben, ist z.B. so etwas, was man hier sieht. Wir haben den Loop. Wir haben den Splice. Und den Splice oder den Fingertrap geht ein Stück weit zu hinteren. Und hier spüre ich mit dem Finger, das hört es auf. Also haben wir eine Distanz vom Loop bis hier hinten. Und das ist jetzt in diesem Fall 8 cm. Von hier bis hier runter. Das heisst, das ist ein Mass, das wir übernehmen können. Jetzt gehe ich also her und ich weiss, eingezeichnet habe ich bereits hier das Pünktchen. So lange sollte die Leine sein. Und zwar das Pünktchen, das mache ich noch 3-5 mm länger. Das heisst, wenn ich spleisse, die Seele auseinander drücke, braucht die eben nachher etwas Distanz. Und genau diese Distanz muss ich eigentlich dazu rechnen. Aber auch das ist noch nicht so wichtig, weil am Schluss, bevor ich den Splice fertig mache, kann ich das Auge noch etwas hin und her rutschen. Da kommen wir noch dazu. Aber nehmen wir an, das ist die Länge, die ich habe. Die ist eingezeichnet. Und das Auge möchte ich 3 cm haben. Das heisst, auf die eine Seite, wie auf die andere Seite, kann ich die 3 cm einzeichnen. Also in der Mitte die Sollänge, das Auge, das so ist. Und wenn ich es jetzt noch einmal demonstriere, ist also das die Mitte, das erste Knöpplöchchen, beziehungsweise die Markierung hier und die anderen zwei sind hier, damit der Loop 3 cm wird. Dann haben wir gesagt, wir würden 8 cm in die andere Seite gehen. Das heisst, von hier aus, gegen 8 cm müssen wir abträgen. Damit wir die Länge haben. 2, 4, 6, 8 cm bis hierher. Und um herauszukommen, mache ich noch 2 cm dazu. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch, weil dort abschneide ich es. Das ist die Sollänge, 3 cm. Und von diesen 3 cm mache ich wieder 8 cm. Dazu 1, 2, 4, 2, 4, 6, 8 cm. Hierzu schneide ich ab. Hier mache ich jetzt 2 Pünktchen, damit ich wirklich den richtigen Ort schneide. Sonst nehme ich nämlich die Arbeit zweimal. Also, hierzu schneide ich es. Ich nehme mein Messer, es ist egal, was für 1 es ist. Und schneide bei den 2 Pünktchen das abeinander. Voilà. Das ist das, was vorig ist. Das kann man weiterverwenden. Kommt wieder in mein Säckchen rein. Und dann habe ich für das nächste Mal wieder Reserven. So, das ist hier sehr scharf abgeschnitten. Und wenn ich das am Schluss in der Seele habe, hat es hier eine ganz scharfe Kante. Und genau das will ich nicht. Denn eine scharfe Kante, auch wenn sie drin ist, also hier in der Seele, hier drin ist die scharfe Kante, wenn sie wäre, würde ich die Leine schwächen. Das will ich nicht. Und damit es eben keine scharfe Kante ist, kommt nochmal mein Messer in den Einsatz. Und jetzt schärfe ich das so genannt ausschärfen. Das heisst, ich ziehe hier ein paar von diesen Fäden aus. Das ziehe hier. Das geht einfach verloren. Und ich mache sie einfach so, dass es keinen scharfen Übergang gibt am Schluss. Voilà, das reicht schon. Und wenn ich jetzt drüber fahre, merke ich, es geht von dick langsam auf dünn, bis gar nichts mehr hat. Und das will ich erreichen. Furt damit. So, jetzt geht es darum, um das Ding da drin rein zu tun. Und das mache ich jetzt eben mit meinem Draht. Oder Fingertrappnadel kann man dem auch sagen. Und zwar die allerletzte Markierung, die ich gemacht habe, da gehe ich da rein. Das ist da, wo nachher der Trapp fertig ist. Und dann gehe ich da rein. Ich drücke die Zelle ganz wenig auf. So, voilà. Und dann komme ich mit meinem Fäden, mit meinem Draht, kann ich in die Zelle rein. Und die ist so geflochten, dass wenn ich jetzt das da rein drücke, rutscht das sehr rein rein. Und jetzt ist die Sache, wo komme ich da wieder raus? Und zwar komme ich raus, dort wo der Loop fertig sein soll. Ich habe drei Markierungen. Das ist da, wo es die Zollmass ist. Jetzt bin ich schon ein wenig zu weit gefahren. Nehmach muss ich da raus, wo die erste Markierung ist von meinem Loop. Es ist so rein gegangen, dass es einfach gerutscht ist. Hier zuhne. Und da komme ich zu der Seele aus. Voilà. Und was wir jetzt machen, ist das ausgeschärfte Ende hier in mein Draht reinzufahren. Ich kann den Draht jetzt ein wenig auseinanderziehen, dann geht es mir länger. So. Da drin rein. Voilà. Und jetzt drücke ich das Teilchen, da drin rein. Hier zuhne, sieht man es. Es ist schön gefangen. Und ich drücke es da drüber aus. So. Jetzt rutscht das da drin rein und kommt am Ende wieder raus. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist das rausziehen. Und jetzt kommt der Zauber. Und zwar sehe ich da meine Markierung, die sagt, das ist das Sollmass, das ich will haben. Hier zuhne ist das Sollmass. Siehst du das da? Jetzt ist es aber so, wenn ich merke, hey, die Länge von dem ganzen Faden, die stimmt noch nicht ganz. Könnte ich das jetzt da noch etwas justieren. Das muss ich aber jetzt nicht machen. Zu dem Zwecken reicht es, wenn ich einfach da hebe. Schön das Ziehen da. Und jetzt verschwind am Schluss da das Ende drinnen. Und gut ist. Gut ist, wir haben jetzt genau den Loop von diesen 3 cm Länge. Und bereits jetzt, es ist noch nicht verneint, aber wenn ich hergehe und da hebe, Zug gebe, dann hält das. Und es rutscht nicht. Ich kann auch mit dem hin und her fahren. Schläge drauf geben. Es rutscht nicht. Es bleibt genau wie eine 3 cm. Wenn wir jetzt eine Einnadel dabei haben, und wir können das machen, dann würden wir dazu in einem Bereich ein paar Stiche machen. Hin und her und hin und her. So, dass wenn es entlastet würde, das heisst, es würde wieder aufstauen, dass es trotzdem nicht rutschen kann. Schauen wir schnell das Original an. Da wären etwa 2-3 cm gneit. Vorne dran, hinten dran ist es nicht gneit. Es ist nur gneit, damit es eben nicht verrutschen kann. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine gute Möglichkeit. Das ist die, die das Werk so macht. Es gibt eine andere Möglichkeit, die ihr nicht anwenden sollte. Und zwar, dazu immer zum Beispiel aufzutun und ein Stück von einem Sekundenkleber reinzutun. Der Sekundenkleber wird ganz hart. macht die Leine spröde und es gibt eine Sollbruchstelle. Also geht nicht mit Kleber dran. Es gibt eine andere Möglichkeit und zwar zeige ich die euch jetzt mit einer genannten Hohlnadel. Es muss nicht eine Hohlnadel sein, man kann auch einfach einen Kugelschreiber nehmen. Ich tue da in der Mitte, von da bis da ist es ja getrappt, circa in der Mitte, das Gewebe wieder aufdrücken und ich probiere, die Nadeln durchzudrücken. Das gibt nachher auch so ein kleines Auge. So. Die ist ziemlich genau in der Mitte aufgedruckt. Und weil mir das noch etwas knapp ist, das Auge, habe ich noch etwas feissere Nadel dabei. Ich tue es noch etwas grösser machen, das Auge. So. Jetzt habe ich da richtig ein schönes Loch heruntergekommen. Und genau in das Loch hinein, ziehe ich jetzt das Teil hier, die ich da durchziehe. Entweder mache ich das wieder mit meiner Treppennadel oder es ist tatsächlich so gross, dass es funktioniert. Ich muss es hier ein wenig zirkeln, damit ich wirklich da durchkomme. So, voilà. Erledigte Sachen. Jetzt ziehe ich es da durch. So. Kommt es da her. Ich gehe da durch. Genau da das Loch hinein. Jetzt geht es einmal da durch. Dreht sich so. Den Draht brauche ich nicht mehr. Kann ich weg tun. Und jetzt sieht es so aus wie ein Knopf. Den ziehe ich jetzt immer mehr und mehr an. Und es sieht immer noch aus wie ein Knopf. Und jetzt braucht es ein wenig Massage dran. Das heisst, die einzelnen Fäderchen von dieser Leine, die ich jetzt einfach so bewegen kann, damit es schön daherkommt. Damit es in der Richtung der Kraft ist. Ich kann es sogar noch etwas aufdrücken. Wieder zutun. Aufdrücken. Noch einmal zutun. Und wenn es schön gemacht ist. So. Dann ersetzt das die Stelle, die ich vorher mit dem Nähen, mit dem Nähenfaden fixieren. Und wenn ich die Leine jetzt anschaue, sieht man nicht mehr, dass wir dort eben so durchgefahren sind. Also die Leine, die ist jetzt eigentlich fertig zum Verbauen. So wie wir es gesagt haben. Die ist gut die Leine. Aber was man halt muss beachten. Wahrscheinlich ist es so, dass das nicht fachmännisch gemacht ist. Es ist nicht so, dass du Übung hast an der ganzen Sache. Wenn du die Übung erlangen willst, musst du zwei, drei, vier, fünfmal spleissen oder so. Wie bei uns halt das zum Beruf gehört. Das ist das eine. Das andere ist, die Leine, die sollte vom Fachmann dann mal angeschaut werden. Vielleicht sogar ersetzt werden. Vielleicht findet der Fachmann auch heraus, dass sogar die Nachbarleine vielleicht angesifft ist und auch muss getauscht werden. Also der Gang zur Flugschule, wo dir das Zeug anschaue, ist sicher unerlässlich. Es ist eine Notreparatur. Eine Notreparatur, die eben auf dem Berg oben ist. Und das kannst du aber bei uns, wenn du Lust hast, am Notreparaturkurs lernen. Da zeigen wir übrigens auch, wenn man einen Dreangel die Not behelfsmässig flicken. Wie gross darf der Dreangel sein, dass es überhaupt noch Sinn macht, auf dem Berg oben zu flicken. Oder du musst wirklich mit einem Bändchen runter. Eine kleine Sache kann man ja machen. Und genau das gleiche geht bei den Leinen. Einfache Sachen kannst du selber machen. Du weisst jetzt, wie es spleissen geht. Und du weisst, dass man sicher keinen Knüppel macht in der Leine. Sondern wenn etwas, wird gespleisst. In diesem Sinne hast du ein Tool, das du anwenden kannst. Wir wünschen dir auf jeden Fall gute Flüge. Immer happy landing. Und die, die es beim Kiten brauchen, gute Wind.